Willkommen, mein Name ist Harry Schmidt, ich bin der Leiter der Verkaufsregion Meldrichtstadt und betreue unsere Kunden mit 31 nebenberuflichen Mitarbeitern sowie 8 Spezialisten. Sie interessieren sich für einen Nebenshop bei der Allianz im Außendienst, so bin ich Ihr Ansprechpartner. Ich lade Sie ein, als Interessent, als Kunde oder als zukünftiger Berater. Erleben Sie uns hautnah, machen Sie einen Termin mit uns, lassen Sie eine Rettenberechnung machen, eine Pflegevorsorge, sowie lassen Sie Ihr zukünftiges Vermögen bei uns planen. Rufen Sie uns einfach an, Ihr Harry Schmidt.